Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von GTA, dem Weihnachtsmann Carlos. Kennst du den? Riesenhaus hier. Wir können ja drei Immobilien jetzt kaufen. Oh, sieht ja schön aus. Ja, ja, den haben wir oben aus dem Wald geholt, der... Ja, irgendwann ist die Garage leer hier. Wir müssen mal unser Fahrzeug alle wieder beschaffen. Normal ist die Garage voll. Aber so wird es alles leerer und leerer und leerer und weil du weißt ja, wie es weitergeht, ne? Ja, das ist jetzt mal. Früher ist man wenigstens noch aus der Kugel im Lauf. Kugelkagel. Oder falsch gestimmt. Kugel im Lauf. Im Lauf. Der Flugzeug ist unterwegs, um einen Kist abzuwerfen, die nützlichen Ausrichter enthält. Schnapsen ihn dir vor all den anderen. Wo ist er denn? Hm? Machen wir denn ein Flugzeug? Machen wir den hier unten? Ganz da oben? Oder sieht man das nicht auf der Karte? Okay. Drücken Apartment im Besitz. Ammonation. Wer ist die Bougie? Da ist er. Warte. Hier sind andere Spieler. Ich glaube, die Karte taucht dann irgendwo auf. Ähm, die Kiste. Die Kiste mit dem Fragezeichen. Taucht dann wahrscheinlich irgendwo auf. Oder... Der Karte schaut nicht aus. Ja, die Karte. Ja, die Karte. Ich bin jetzt in der Karte. Hä, haben wir keine Waffen? Ja, Kinder, es lädt mich durch. Die haben mich alle angestiftet hier, ich kann nichts davon. Wer soll es? Ja, leck mich am Arsch, ich hab gar keine Waffen. Oder doch? Ah, hier. Schon wieder ein Spieler, der meint, der wär was. Idiot. Wegen denen hab ich jetzt die Polizei am Hals. Langnese. Malzeit, Platz. Freestyle. Abhauen. Ich versuche hier keinen umzufahren. Weg. Platz da. Meb, meb. Du und dein scheiß Handy weg. Scheißdreck weg. Platz. Scheiße. Weg. Hopp. Hallo. Weg. Okay. Sag mal, ihr guckt, dass da ein Auto kommt, aber ihr macht nicht Platz. Was ist denn euer Problem? Oh, schon gedriftet. Mist. Du. Ja. Ja. Ja, ja. Du. Ja. Was ist denn die roten Kreise, die da vorne widerstehen wahrscheinlich, oder? Die Polizei, die ist wo? Da drüben. Oh, das sieht man richtig schön. Kommt ein bisschen viel Luft, Luft rein. Kommt nicht auf mich. Oh, ach du Scheiße, leck mich am Araschel. Leck die Katz. Weg. Selber. Fuck you. Sag mal, taub oder was? Ja, guck still. So, hier. Wo sind die? Ich bin gespannt, ob die ins Wasser fallen. Der da drüben? Der fällt auch nicht ins Wasser. Platz. Scheißdreieck da. Ah, shit. Fuckin' move! It's over! Holy fucking shit! Kreise! I know! Ah! Oh, I got it! 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 Das war's für heute. Oh, wir haben jetzt alle, ähm, das Spiel hier verlassen. Waren das alle Freunde oder was? Oder hab ich gerade schon Angst, dass ich rausgeworfen werde? Aber nicht passiert das nicht. Oh, ja, scheiße. Das ist besser, kann ich nicht sterben hier. Ah, immer ich hier. So, Leute da? Ne, ja doch, einer. Einer Level 9. Aber eben war ja der komplette Dings voll. Mit einem Schlag, alle weg. Aua. Pass doch auf, wo du hinfährst. Ach, sehr ruhig. Wo ist unser Kriegsball? Gehen wir ein bisschen... Auf mal, Sucker. Einen. Axel ist die beste Wavi hier. Voll auf die Kopie, ey. Wir sind der Axel-Mörder von Los Santeros. Wir sind die Menschenjäger. Christ allgemein. Bleibste stehen hier. Dass ich eh keine Chance sehe. Ist geil, wenn man noch die Axt werfen könnte. Oh, hab ich Gedanken hier. Am Ende wird er noch angefahren und es ist gar nicht mehr meine Schuld. Jetzt muss ich aber abhauen. Am besten hier durch die Hecke. Ab durch die Hecke. Achso. Oh, nee. Ich sah noch auf. Psch, leise. Auch die hier gerade zugucken. Leise sein. Psch. Ich hoffe nicht, dass sie uns jetzt finden. Landrennen. Kriminell schnell. Ja, das können wir auch wieder mal machen. Wunderbar. Wunderbar. So, die Luft ist also wirklich frei. So, wir sind weiter der Axel-Mörder. Ausgerechte Polizisten hier. Spinne ich denn? Scheiße. Scheiße, schnell hier rein. Die Axel ist schön voll Blute hier. Psch, wenn ich jetzt hier reinkomme, dann bin ich am Arsch. Ich kann leider nichts sehen. Eins, zwei, drei, vier. Fahrzeuge. Es können auch Versohnen sein. Die gehen jetzt alle dahin, wo ich den gerade umgebracht habe. Guck, da gucken die jetzt. Die gucken sich jetzt um. Oder sind, glaube ich, sechs auch das. Aber ich weiß nicht, ob die hier reinkommen. Die laufen da. Da ist er. Scheiße. Scheiße. Fuck. Loser. anyone got a pick on him. Fuck. alert the chopper. He's at ease. Let's go. Oh, you can do it. I got him. Cover me. Oh shit, man. Fuck. Das war... Das war... Wir hätten sich am Eingang... ... verstecken sollen. Egal. Halt's Maul. Ich beschaffte keine Fahrzeuge. No way! Der joggt. LCS joggt. Mach es! Jetzt! Ähm. Hohohohohohoho. Wir sind in der Teufelsgeburt. Hehehehe. Scheiße, jetzt müssen wir aber langsam mal Versteck finden hier. Nein, da kann... Ach, das ist ein kranker Wagen. Ich wundere mich schon, warum es so laut hier ist. Ah, drüben sind wir sicher. Die Polizei ist nicht mehr auf der Suche. Und dann haben wir es gleich geschäft. So, hier hin und... ...docken. Es kommt nur noch drauf an, ob sie uns finden. Das ist ein kranker Wagen. Wieso ein Dejavü... Egal. Es gab Feuer. So, weiter geht's. Ähm. Ich weiß auch schon, wie ich das Video hier nenne. Diesmal muss ich nicht so überlegen. Man will ja kreativ sein. Bist auch du ein Kreativer? So. So. Hohohoho. Äh. Ja. Ich dachte, er steckt aus. Und mich in den Brügel hier. Action. Fighting. Aber ich hätte eine Axt gegen den Kopf gestreckt hier. Und dann wäre umgefallen wie so ein... Hier in der Hecke warten hier. Und wenn einer kommt hier mit der Axt dann rausspringen. Chaka. Ähm. Das ist keine Angst, wa? Oh, wie das nimmer drin steckt hier. So, nehmen wir mal hier das antike Dolch. Wie heißt der? Antike... Kavallerie-Dolch. Genau. Nehmen wir mal den. Mal gucken, wie er so zustechen kann. Ob die auch nach einem Stich schon dort sind hier. Der macht mit seinem Handy rum. Mit seinem Handy rum? Ich hätte ja gesagt, das hat sein lassen. Oh, hier die Blutlache machst du aber selber weg. Oh ne, da kommt die scheiß Polizei wieder. Rett mal hier hinten lang und dann rett mal aufs Dach. Und dann sind wir over. Sind wir sicher. Ne, falsch. Hier lang müssen wir. Hier ist auch, glaube ich, ein Parkhaus. Oh. Oder. Und Boris. Ich bin hier ziemlich... Ich glaube, wir haben sie... Die sind, glaube ich, hinter uns. Es ist aber, dass wir so dünn sind und so klein und kompakt. Nein. Oh, unser ganzer Dolch ist voller Blut hier. Als hätte man was gemacht. Ich gehe ganz hoch. Nicht ganz hoch. Komm, heile. Enter. 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 Ich dachte, wir knacken jetzt mit dem Deutsch so ganz üblich und dann... Aber war ja nix. Steigen ein, als wäre es unser Wagen. Du haust jetzt schon mal ab, ja. Holy Fuck! Driving in this town sucks shit! Du... Den schnapp ich mir, also... Ich wollte nen Cut machen, aber... Das ist doch der... Das nicht aussteigt! Stell du Saum. ARD Text im Auftrag von Funk Scheiße! Da war gerade die IT, habt ihr es gesehen? Das ist eigentlich ein Sackgasse. Oh, Entschuldigung. Ähm. Fuck, ey. Dann sage ich schon mal Dankeschön für das Zusehen. Und bis zum nächsten Mal, euer Carlos, TheGamer. Ciao.